hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von oh mann ich hätte nicht schieben lernen sollen metro zusammen mit let's go die hallo ich verstehe was ich hier machen soll ich weiß nicht was ich erwartet habe ich habe gerade geschaut wann die spiele von den australien opens anfangen im tennis turnier und ich weiß nicht was ich erwartet habe aber es ist ja in australien und sie fangen um eigentlich nur morgens an ich weiß aber nicht was ich erwartet habe mich gerade ein bisschen überrascht hey bros das war sowas von geplant warum schieße ich hier nur geld hätte ich doch munition kaufen können ne wir schießen ins geld als hieß 205 unsere schroth blind hier geht bald darauf eine lebensdauer ne wir haben keine munition mehr ok ich wollte auch schon sagen das kann jetzt von hinten oder nicht ja wir verschießen unser geld man ich weiß aber nicht warum ich verstehe es nicht ja danke bros ich habe uns echt viel geholfen kurze frage weißt du was er uns über die piste gesorgt hat ne gut das ist ja gut ich brauche ich die munition für die hier ich weiß auch nicht das ist halt jetzt richtig oh achso wir fahren zu ich schieße dann nicht nur mehr rein einem unterschuss reicht guckst du die beiden überleben? Nee Ich hab Angst Jetzt soll er schon dahinter auf dich warten Vielleicht Satan Was ist das? Nein, 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 nein Oh nein Bro, das ist einfach Bigfoot Glaubst du, du kannst dir mit einem gezielten Kopfbuss one shoten? Ich bekomme keine Munition für meine Dickenwaffe mehr Ist schon scheiße Glaubst du? Ich kann die Munition Wenn du mich fragen würdest, dann würde ich dir ein klares Nein geben Aber wir können es ja mal versuchen Oh nein, na komm Das sind doch schlimmer wie bei einer Spinne Oh nein, wo geht der hin? Wo geht der hin? Ich will nicht Ja, mach Geräusche Lenk den auf Was ist denn? Was ist denn? Wo sind? Oh 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 Suck die Legs Die sind mit dem Arsch Mit dem Arsch Oh Oh Fuck Okay Ich hab ihn gut zu versuchen Ey Junge der macht mich fertig der Wichse 3 Hits Du bist du nicht Was Komm runter du Wichse Ich glaub ich hab ne Idee wenn er das nächste Mal kommt Ne Feuer Ja Sehr schön Ich hab ihn nicht ich bin nicht mehr ganz so gut aus ich glaube er ist tot er liegt da oder was bist du ein junge jetzt und zweiter die bütze zurück kleines widerliches stück Schatzelte. Fick, du geiler. Natürlich ist er noch ein zweiter. Oh, fuck. Warum soll es doch nur einen von den Bossen töten? Wenn es zwei töten kann. Heiß hoch. Ich habe nichts mehr. Ja, wir werden die, wenn das noch mehr werden, dann haben wir ein Problem. Denn dann haben wir keine Munition mehr. Nicht Munitiv, ja. Und dann weiß ich nicht, wie wir das hier weiter machen. Oh mein Gott, ihr Götter. Ja, wir bekommen nur noch Geld. Ich glaube, wir schießen jetzt echt nur noch unser Geld. Wir haben auch einen gekillt. Wir haben zu dritt eingekillt. Wir haben alleine zwei gekillt. Was passiert hier? Die Bitch hat uns eingesperrt. Die Bitch. Der Wichser hat uns eingesperrt. Die fehlt mir nicht. Mir auch nicht. Sag nicht, das ist noch einer von den Kollegen. Natürlich ist er noch einer. Das war vielleicht nicht die beste. Das war überraschend gut. Alter. Wie viel haben wir noch? Vier. Die können hier nicht, die können hier nicht noch mehr von den Kollegen zu sparen. Was ist das, was ist das, was gegen die Touren hier? Oh mein Gott. Jesus Er ist schnell nochmals Loch stellen Ach, fick dich doch Warum will der, dass wir ihm folgen? Warte, ich funktioniert Nein Ich habe aus dem Game getappt Nein Oh nein, komm Ich will nicht nochmal alle killen Komm, einen hast du Wieder von Stück zu Stück Von Zeit zu Zeit Hallo Tschüss Ich weiß nicht, wie viel ich von dem noch aushalte In real life oder im game? Beides Schön von den Löchern fernhalten Ich will schon hoffen, wenn sie zwei gleichzählig machen Wir können noch einmal Ich weiß nicht, was das hier für eine Granate ist Voila Ja, jetzt langsam wird es auch lächerlich Noch mehr brauchen die jetzt nicht in Sperm Das habe ich gewusst, da ist noch einer, oder nicht? Echt? Da waren noch zwei, oder nicht? Der eine hast du hier runtergesprungen. War es wirklich zwei? Ich dachte, das wäre einer. Du auf die Sitz. Deswegen habe ich... Ich dachte... Vorne ist der Rippen, der Aufzug. Das heißt, der Aufzug darf man im Brandfall nicht benutzen. Wie sieht es hier aus? Ich meine, es brennt nicht. Warum machen wir das hier eigentlich für Kinder? Ein Loot. Ein fucking Loot! Die Kitsch! Oh, ich weiß nicht, was es besser wäre. Junge! Das ist Godzilla gegen King Kong, Mann! Ich weiß auch was sagen! Das ist doch keiner! Alter! Was geht hier ab? Oh, you little bitch, take that! Oh, man! Suck, cocking Bastard! Ey, cocksucking Bastard, son! ich pack den ganzen shit hier nicht mehr war mir nicht schon und ich habe einfach die scheiß wand zerstört ja komm ich will das alles nicht mehr wir haben es geschafft aber es ist nicht vorbei gut da will ich sagen das war es in der folge lasst einen like und alle wenn es euch gefallen hat schau mir jetzt gerade mir vorbei schreibt uns auf den twitch-kanal vorbei morgen 17 Uhr gezweite bis zum nächsten mal tschüss